um dazu er hat er jetzt sagt wir haben es geschafft ich habe auch eine Pakt gern bei ihr von den Autoholten kann es da genau da kommen aber Tänkse ja ein Konto so nimmt gleich mal hier nehmt euch den richtigen Waffen immer nicht die vielleicht noch nicht ja und dann würde ich mal sagen geht's los 13 Dinger sie war partei nichts wie raus mach schneller so ein scheiß Aufzug jetzt von langsam das erste die mit Deckung ich kriege mal einen zweiten was scheiße das Nächste eigentlich sind wir zusammen und offenbar ich bin jetzt einfach mal schnell die Kanister ich habe ein auch Euro mehr ich habe den Sound auf und ganz 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 gar nicht ja ich hasse diese waffe weil die hauzeug ist eigentlich geil aber hat zu wenig position ja da bei der Munition auf der Fäcke der Hauptmann mit es von noch hier liegt er wirklich auf hat er liegen ja noch zwei Medikets noch besser da das schon mal hier oben ist man auch noch zwei Medikets und meint zu holen weil hier so kann es doch nicht die Fehler macht hier vor 13 ich habe nur 3 Gold hier nochmal das ist geil dass wir jetzt noch einer von den Bots mitlaufen oder vor allem vorhin zu mir vor der lecker er war nicht jetzt wird dauerl an der größe er egal ja ich nehme die Kanister und schmeißen auf den Boden damit was einstellen können danach auch so nicht aufzuschießen hol immer mehr und schmeiß einfach runter ich fülle einen hab wieder einen hab wieder einen hast du eingefüllt ja 2 spuker 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 die Nied da liegt er scheißte und sein Platz auf dem Dach das ist auch ein Dach ein Jahr wir sehen aufs Park noch einer ich kann mich machen ich nehme je noch zwei Raum das tut gut so ich muss mal jetzt wiederholen das ist voll kopf aufs Dach alter ich hole was zuerst holen ok liegen jetzt hier noch welche rein da hinten noch überall ich bin auf der oberen Seite ich bin auf der oberen Seite ja ich bin auch also ich bin recht spät oben und haut die jetzt gerade alle runter da muss man nicht so oft laufen da liegt nichts mehr jetzt muss ich hier rüber oh oh wir fehlen ja wir fehlen ja uns fehlen noch sechs Stück scheiße da war einer auf dem Ding liegt oh nein Hand aus bei mir scheiße scheiße ich komm grad nein ich hab Kanister zerschossen oh egal das ist nicht schlimm scheiße ich komm nicht zu dir gell ah fuck ja du scherz auch tot du bist auch fast dauernd das dauern müssen wir noch mal spielen ja doch wir haben wir unten nur noch zusammen rum das kann zu schaffen nee doch nicht ne jetzt einfach unten nimmt es einfach ein paar Kanister hinten habe ich drei runtergelegt oder zwei ja zwei spring hier auf du kannst von da kannst du auf die Plattform dünn springen von beider Treppe du musst dich extra da laufen aber jetzt kannst du auch laufen ja aber hier ist irgendwo Tag und hier Alter Alter was oh Laufen hier kannst du jetzt geh runter oh was ich oh ey hier kannst du jetzt einfach runter springen ja ich bin ja nirgends runter hier kannst du runter springen äh oh das ist der Tank oh 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 und jetzt die Treppe hoch ja das war was wir können wenn du hochkletter dann der tot ist der tot ist der tot alter oh nein hunter ja dass die tot ist der tot nein was nein 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 ich muss nachladen ich hasse es am Anfang können wir zum können wir auch einfach so also wir holen es am Anfang mal einfach kommen ein Spieler holen wir uns jetzt einfach die Kanister und holen es runter ja direkt durch wir sollten mal in Gang kommen Lade nach Lade nach Lade nach Lade nach ah das muss ja auch warte kurz ich bin grad ich bin jetzt runter ich bin jetzt runter gut ich komm wo geht's lang Lade nach okay dann müssen wir uns wohl selbst retten ok die Scheiben zerschießen? sobald die türen aufgehen nichts mehr raus durch das glas hast du schon nein es ist dumm wenn man mit den unten anfangen müssen mit dem oben anfangen aber jetzt nicht so viel zombies kommen schmeißt man die rund und normales schmunden verstehst du dann doch mann ich habe dieses nachgeladen natürlich wird angekotzt ich komme ich habe jetzt schon wieder keinen bock auf die runter alter alter voll im ernst hier liegen noch welche gern er wird um doch der kann es dann wird er auch nach mehr ich wollte ja für die auf die auf die Schuldigen für den nächsten da muss schon mal jetzt wenn es richtig zählt fünf auf jeden Fall vier Runden liegen einem eingeführt haben 5 und schmeißt hier und um das sind kurz das ist der Anfang zu brennen das ist auch scheiße Hold on. Soothe ein bisschen.